Habt ihr etwa Angst, uns ihr Innerstes zu eröffnen? Es geht ganz ästhetisch zu. Licht-Anatomien. Das da ist ein Frauenarm. Sie ersehen es aus seiner Niedlichkeit. 1600 Meter in meinem Leben war ich noch nicht so hoch. Herr Doktor, darf ich Ihnen mein Peter Kastor vorstellen? Willkommen, Herr Kastor. Sie kommen zu uns als Patienten. Menschenskind? Wollen Sie sich hier erkältet haben? Wir lieben solche Erkältungen nicht. Haben Sie gehört? 37.6. Wer? Na er, Sie sind wir ein Arzt. Ich furchte mehr und mehr, dass Sie dem Leben verloren gehen könnten. Leben ist sterben. Und ich bin immer noch nicht gesund. Ist das mein Fehler? Nein, ich muss jetzt abreisen. Wir sind die Letzten. Das Fest ist aus. Ruhe, Geduld, Bessen, Essen, Liegen.